Ich habe schon gesagt, dass sie mit einem Mann ein bisschen gewonnen haben. Ich denke mir, dass ich von dem Tampo und dem Taktischen hier ein neues Niveau war, von dem es jetzt hier gibt, wie der Prassino, welche Prassino, und dann drei Mal probieren zu spielen. Ja, das war schon ganz interessant. Ich glaube, es war ein bisschen komisch. Also nicht vom Defensivverhalten, der Russland, und das, wie man Gott vergleicht, da war ganz viel mit dem Netzwerken dabei, wie es so D-Strahl schießt. Wir sind schon in dem Sinne von Taktischen hier. Bessere Menschen, die in der Zwethalschung werden, in der Zwethalschung werden, noch gut schießen, die die Leute damit genutzt sind. Ich denke, nur an der Zwethalschung, da gehe ich noch ganz, ganz wenig nachher, und wenigstens gefälligst. Ich finde, dass man an unserem Development, an unserer Weiterentwicklung, man kann das tun, aber dazu ist es nicht, als wir Poli eben besser gesehen. Wenn ich so in den dringend fertig bin, weil wir in der Türkei zu spielen, mit dem dringend fertig, im Donnerstrahl geht Null, da haben wir aber mittlerweile, dass ich gegen die Kieber es nicht benehmen kann. Aber dann haben wir noch nicht, dass ich in der Gruppe auch gespielt habe. Und dann bin ich mittlerweile fertig, gegen die Situation in der Zwethalschung zu spielen. Und dann muss ich so, okay, wir sind, wobei ein ganz, ganz interessanter Spiel. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, da habe ich keine Ahnung, wo ein Trafik muss zurückkommen, dafür, in der Nuttermauer, ich weiß nicht, das ist die Medien, wenn man dort, schon im Depaar, da war ja dann in der Türkei ein wenig Sinn, das ist eine gute Person. Wenn wir auch bei seinem besten Liefer, ich bin dann, nächstes Jahr können wir nicht in Bosnien gewonnen, wir können nicht, in Island gewonnen, wir können nicht, da muss man auch in der Türkei sein. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, da kann ich die Chance dabei, da doch mehr bringen werden. Mittlerweile können wir so, wir gehen auf ein Thema für drei Punkte dazu, dann kann man vorangehen. Dafür so ein Stadter ist immer interessant. Ich meine noch, die Resultate, die in der Türkei, die in der Türkei, die in der Türkei, die da bei der Türkei, die in der Türkei, der da bei der Türkei, und die da von der Türkei, die da bei der Türkei, in der Türkei, die in der Türkei, wie in der Türkei, die in der Türkei – wie in der Türkei, die in der Türkei der Türkei – das wird im Bereich der Türkei stammt, oder wie in der Türkei, das muss man nicht noch verbessern. Aber immer ganz schnell, weil die Türkei die Türkei herr Zigtei und das wir auch passieren. Das war das Pозмosch, Es steht schon mal auf den psychologischen Spielspieler, aber ich fand, dass man in dem Bereich, das Tiernotemann hat, hat man auch einen riesen Schwerner-Fegebiet. Und ja, und der Rest, das ist wohl schon weit befreundet. Wie soll man ihn auch machen? Ich lasse den Spieler noch recuperieren. Man hat nachher, man hat den Kiki noch dabei, man hat den Direktor von der Welt zu können. Also in verschiedenen Positionen in Marvin gibt es Konkurrenz schon, wo man dann komplett sind. Das ist aber natürlich für die Schwerner-Nurren, das wird dann auch noch nicht gehen. Wir werden den Match zu switchen. Oder aber, auch wenn man die Zylova-Kai, dort muss man spielen. Da spielen wir Sonne 7 in Portugal. Da kann man vielleicht noch drei, vier Positionen frisch weit bringen. Das ist extrem wichtig, dass man mit dem Auto spielt, mit allem an den Bord. Und man lässt sich ruhig, in denen man eine Handqualität hat, das ist ein Tempo, den man hat. Wenn man da dann auch so möchte, mit dem Meto gekoppelt hat, kann man sehen, dass man mit der Rätschaft vorwärts machen kann. Wenn man sich beispielsweise mit dem Meto, mit dem man zu viel Leif gemäht wird. Also die Spieler, die man mit dem Namen hat, kann eine amerikanische Verteidigung extrem weh tun. Ich habe dann auch viel mehr gesucht. Normalerweise sind die Verteidigte, mit einem kleinen Profil, wie wir alles hier sehen. Sie sind schon dabei. Die haben aber, ja, könnte sich was sagen. Sie sind einfach stabil auf der BNRs. Mit dem Tempo. Wenn ihr die Leif und ich möchte, dass der Verteidiger weh, bis sie sich schnell weh tun. Dann dürfen wir, wenn ein Messager-Profi im Match super mit dem Recute machen. Spielt er mal erst so an der Herren. Weil dann denkt, das wird er ganz gut gemäht. Und ich denke immer für ihn. Das wird heute eine extrem wichtige Sprache. Weil, ja, weil ich in einem Spiel zu dem Bogen geschossen und selbst erfolgt habe. Und ich denke, dass er nur in einem Analyse aus dem 2.1 geht, dass er bereit ist. Vielleicht kommen sie dann auch noch ein. Vielleicht haben sie auch noch ein bisschen Potenzial, das wir haben gesehen. Kann man auch noch so ein technischer Bereich. Im Zwischen noch progressieren oder mehr. Da hat man das gewiesen. Und die zwei Matcher haben schon viel Versprechen dafür zu kommen. Das stimmt. Und das ist ja dieser Fußball-Profi im Tempo. Und das ist der Ansicht auf den Tempo. Da spielt man das Monster-Profi, das ist ein bestimmtes Tempo. Denn das ist ein hoher Tempo. Das ist ein hoher Tempot. Das ist nicht ein hoher Tempot. Und da spielt die Präubchen. Was war die Kavenner, die in Kangenbläcken? Was war die Korte?